Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fahrenheit. Hier ist Carla Valenti hier unterwegs. Wir sind an einem Skistand und ja, mit diesem Blitz ist es, können wir hier anscheinend auch reden. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay. Gerne. Ja, dann nehmen wir das mal an. Dann scheint die Schutzbrille erstmal aufsetzen. Und ein paar tolle Kopfhörer, beziehungsweise ja, damit nichts zu viel, wie es erläutert. Und die Pistole, Munition, rein damit, wird geschossen. Drücken Sie die R1-Taste zum Feuern. Drücken Sie die R2-Taste. Okay. Nachladen, töten Sie Terroristen, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn Sie zivilisten sind, dann wird Ihnen Zeit abgezahlt. Okay. Achso, ich muss hier so steuern. Äh, schwierig. Bisschen schwierig hier und schwammig. Ah, ich muss nachher an. So, jetzt nicht zu sehen. Ah, ist schon ein bisschen hoch hier. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich muss noch mal nachladen, wenn wir trotzdem Zeit haben. Verdammte Axt. Also das Weiße sind wahrscheinlich da Zivilisten. Oh Mann, oh Mann. Sie haben aber noch eine Menge Übung nötig. Ja, es mag sein. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Damit endet meine Geschichte. Ich hatte meine Kräfte anscheinend überschätzt. Was war das jetzt? Diese Jahre bei der Polizei, all diese Morde und tagtägliche Gewalt. Hatten nichts ermirkt. Ich gab dem Chef mein Kündigungsschreiben und zog nach Kalifornien, wo mein Vater ein Haus besitzt. Was? Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr mit von der Partie. Warte, warum ist das jetzt passiert? Weil ich scheiße geschossen habe? Alter Schwede. Ja, sie hatte anscheinend minus 10 Punkte bekommen, wie er mal ja dann gesehen hat. Das war anscheinend zu schlecht. Also, wir müssen uns ja jetzt anstrengen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, dann müssen wir uns jetzt mal anstrengen. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Ja, gerne. Und die brauchen wir auf jeden Fall, weil wir haben ja gesehen, wenn wir das schlecht machen, dann legt sie ihre Akte nieder. Und das wollen wir nicht. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Das weiß ich schon. Ich fange das jetzt zum zweiten Mal an schon. Also hier muss man viel schießen. Dann werde ich mich jetzt machen, was wir hier geben. Los geht's. Boah. Aber auch sehr schwammig hier, die Steuerung. Es ist halt kein Shooter. Man merkt es halt. Das ist ein Zivilist. Boah, was am Mann. Ich muss nochmal nachladen hier. Also die ganz hinteren sind schwierig. Verdammt. Ah, die Statistiken rechts daneben kann ich natürlich jetzt nicht ganz sehen hier. Also die Steuerung ist ja echt schwierig. Am PC stelle ich es mir auf jeden Fall wesentlich einfacher vor. Aber ich glaube, hier gibt es keine PC-Version. Weiß ich jetzt nicht. Hier könnte ich mich gerne kommentieren hier in den Kommentaren. Obwohl ich auch ein bisschen mehr weiß. Wow. Die werden immer schneller hier. Boah, verdammte Axt, ey. Ich muss das schaffen. Ansonsten hatte ich ja höchste Debris-Stimmen hier. Sie haben es aber drauf. Ich muss zugeben, dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen können. Ja, jetzt haben wir plus zehn, na Gott sei Dank. Und was möchten Sie über den Kirsten-Fall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt. Und als er vor den Kochutensilien steht, knackt sich einer ein Messer und er sticht ihn brutal. Ähm, ja, Mörder? Fand man den Mörder? Er rührte sich nicht vom Fleck. Er blieb neben dem Opfer auf dem Boden sitzen, so als warte er auf uns mit völlig ehrem Gesichtsausdruck. Ja, Erklärung. Hat der Mörder nie versucht, seine Tat zu erklären? Als ich am Tatort eintraf, wusste er nicht mehr, was geschehen war. Er sprach nur unverständliches Zeug und beholte, er sei es nicht gewesen. Mehr krieg dich nicht aus ihm raus. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder was. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn ein Chirurg wäre. Das ist sehr krass, ja. Was jetzt? War das wieder Schuss? Oh nein. Ich will nicht schießen. Aber ich muss anscheinend. Vielleicht kriegen wir da nochmal plus 10. Ich muss aber aufpassen jetzt. Wir müssen uns jetzt wieder anstrengen. Achso, es geht schon los. Alles klasse. Ich war froh, dass wir das sauber hinbekommen haben. Ja, ihr seht. Ich bin nicht gut drin. Zumindest hier mit der Steuerung nicht. Ich habe schon einige Shooter gespielt. Man mag es kaum glauben, wenn man mich jetzt so schießen sieht. Aber hier, das ist ja wirklich das Andere. So, wir müssen das auf jeden Fall sauber hinkriegen hier. Das würde sie hier den Job hinschmeißen. Darauf habe ich auch keine Lust. Ich muss auf jeden Fall besser werden hier. Ansonsten gibt es von Kader Valenti gleich minus 10 Punkte. Und das können wir uns hier nicht mehr leisten. Zustand auf keinen Fall mehr. Boah, so schnell die Dinger. Wahnsinn. So verdammt schnell die Dinger hier. Boah. Exzellenter Schuss. Wir sind ein Naturtalent. Ja, nochmal plus 10 Untersuchungen. Sie stellten die Untersuchung dann sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. Drei Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer, grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der zwei Monate zurück lag. Dann noch einen. Und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Ja, Beziehung. Die Morde stehen miteinander in Beziehung. Könnte sein. Auf jeden Fall war die Vorgehensweise stets identisch. Durchtrennen der Herzarterien. Und zwar sehr präzise. Und dann Verstümmelung der eigenen Arme. Ja, Kirstenfall. Und ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt. Fanden sie was heraus? Diesen Fall sollten sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Dann lege ich wohl neue Akte an. Wiederschießen. Echt jetzt? Oh nein. Ich habe keine Lust. Ah, Gott sei Dank. Es war nur eine Schlüssigkeit.